So, willkommen zur letzten Folge dieser Mini Session, in der nächsten Session. Jetzt kommt wieder Minecraft-Mucke. Haben wir dann wieder ein bisschen ein anderes Texturenpack. Ich werde mir jetzt erstmal hier wieder alles abbauen. Da noch ein bisschen. ich glaube ich die bäume noch mal ab und pflanze die neue damit die hier sich vielleicht ein bisschen mehr ausbreiten können und 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 gleich macht es wieder klack. So, zack, 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 zack. Stoß, was mache ich denn? Das ist auch Stoß. So, zack, zack. Untertitelung. BR 2018 So, ist der kleine Abschnitt hier schon mal fertig. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Reihe wegnehme. Andererseits haben die Bäume dann eine 3er, Platz für eine 3er Breite. Müssen wir mal sehen, ob die immer noch an die Wand wachsen würden. Dann wird es schon wieder dunkel. Das gibt es ja nicht. So, das schaffen wir hier hoffentlich heute Nacht noch. So, das ist ja nicht. So, das ist ja nicht. Ich hoffe, da ist jetzt nichts. Na super. Ach du schon, drei. Wisst ihr was? Gut, ich schrei mal noch kurz nach unten rum. Vielleicht verschwinden die dann. 2 Creeper, ey. Glaubet nicht. Mal gucken, ob unsere Pferde noch da sind. 1, 2. 1, 2. 2. 2 sind tatsächlich noch da. 2 sind tatsächlich noch da. 2, 3. 4. 5. 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 6. 7. 6. 8. 10. 11. 8. 11. 14. Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit vor uns. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit vor. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit vor. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit vor. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit vor. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit vor. Jetzt frage ich mich gerade, ob die Klappen, sahen die alle gleich an, bei dem Holz? Dann können wir noch ein paar bauen. Nein. 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 Jetzt noch ein bisschen was kriegt ihr in dieser Session. Zwei Fehl noch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's dann für diese auch nur noch ein bisschen Minecraft-Spitze-Planke-Luss. Bis dann, Leute.